Schlechte News für Justin Bieber-Fans. Der Sänger will künftig nicht mehr für Selfies mit Fans posieren. Via Instagram erklärte er, er habe keinen Nerv mehr dazu, denn viele würden ihm nicht mal mehr Hallo sagen und ihn kaum noch als Menschen wahrnehmen. Ich fühle mich wie ein Tier im Zoo. Ich weiß, dass die Leute enttäuscht sein werden, aber ich schulde niemandem ein Foto. Wer sein Album gekauft habe, habe nur die Musik erworben, nicht aber das Recht auf ein Bild mit ihm. Die Fans sind nicht gerade begeistert. Einer schreibt, die Fans seien schließlich der Grund für seinen Erfolg. Andere verteidigen ihr Idol gegen das schlechte Benehmen mancher Fans. Justin selbst sagt, er müsse Grenzen setzen, um seine Tour und den ganzen Druck aushalten zu können. Schon im März hatte sich Bieber auf Instagram beschwert, dass Meet & Greet-Treffen mit Fans ihm alle Kräfte rauben würden, bis kurz vor der Depression.